Jo moin Leute, herzlich willkommen zu den Predictions der NBA Season 2022-2023 Predictions Woche 20. Let's go! Heute. Alle Spieler live im NBA League Pass und manche auf der Zone auf Deutsch. Los geht's heute um 1 Uhr. Die Torpistons gegen Charlotte Hornets 108 zu 131 für die Hornets. Dann Indiana Pacers gewinnen gegen Houston Rockets 111 zu 108. Orlando Magic schlagen die Utah Jazz 132 zu 89. Um 1.30 Uhr live auf der Zone und im NBA League Pass. Memphis Grizzlies gegen Golden State Warriors 132 zu 119. Für die Memphis Grizzlies herzlichen Glückwunsch. Dann um 2 Uhr Milwaukee Bucks gegen Brooklyn Nets. 122 zu 132 für die Brooklyn Nets. Dann um 4 Uhr Sacramento Kings unterliegt New York Nets 105 zu 109 nach Overtime. Und morgen um 1 Uhr Philadelphia Simms die Sixers gewinnen gegen Portland. Berlin Trailblazers 113 zu 118. Washington Wizards gegen Atlanta Hawks 132 zu 111 für die Wizards. Um 2 Uhr Minnesota Timberwolves gegen Brooklyn Nets. Um 2 Uhr Minnesota Timberwolves gegen Brooklyn Nets. Dann um 2 Uhr Minnesota Timberwolves gegen Brooklyn Nets. Leak Pass. Mit Miami Heat gegen Cleveland Cavaliers 111 zu 110 für Miami Heat nach Overtime. Herzlichen Glückwunsch. Um 4 Uhr 30. Los Angeles Lakers gewinnen gegen Toronto Whip das 122 zu 99 und um 22 Uhr live auf der Zone und im NBA League Pass. Los Angeles Clippers gegen New York Knicks 132 zu 136 nach Overtime für die New York Knicks. Herzlichen Glückwunsch. So das war's mit den Predictions der NBA Season 2022 2020. Fui. Woche. Woche. Woche 20. Lasst ein Like da. Lasst ne Buddha. Ciao.